Hey, hallo. Das ist das Wer wird er Video. Wer würde er ein Jahr lang ohne Facebook aussehen? Auf jeden Fall würde ich ein Jahr lang ohne Facebook aufkommen. Also ich kann ohne Facebook nicht leben. Naja, nicht leben, aber ich kenne es halt nicht. Das würde ich auch nicht. Ja, aber für mich ist die Idee, dass es noch mehr weitergeht. Wer würde er ein Mal ohne Facebook aussehen? Wo nicht oben kann ich kein Lippenpapier, kann ich kein Lippenpapier, kann ich keine Lippenpapier, kann ich keine Lippenpapier, kann ich keine Lippenpapier. Ich habe 360, kann ich keine Xbox-Bons und so weiter. Wer würde er? Die Frage geht noch an euch. Schreibt ja oder nein. Wer würde er Nutella, schenkt Nutella, Käse und so weiter essen? Als ob ich das essen würde, allein schon. Also mir tut dann schon das Nutella leid. Ja. Das ist dann das Problem. Und ich esse Nutella echt gern, aber ohne. Ich würde Nutella einzeln essen, Honig einzeln essen, Salami. Aber alles zusammen, vor allen Dingen noch mit Marmelade. Marmelade geht es nicht. Ja, ich weiß nicht. Ja, Marmelade schmeckt einen Klecker, wenn es Erdbeer ist. Ja, dann schon, aber nicht Orange. Sonst voll bäh. Findet ihr Erdbeer leckerer von Marmelade oder Orange? Schreibt es in die Kommentare. Erdbeer. Ja, sehe ich auch so. Yeah. Okay, ähm. Deine Frage. Okay. Ja, ich hab doch grad... Achso. Wer würde eher eine Woche ohne Wohnung, Unterschlupf, Asylheil und sowas auskommen? Hallo, Alter. Schließe ich mal. Macht mir nicht auf. Ich wohne in der freien Natur. Okay, ähm. Wer würde ein Jahr lang ohne Jung... Auskommen? Beziehung. Beziehung, ja. Marmelade. Okay, ähm. Bist du oder ich? Okay, ähm. Wer würde Cornflicks mit, sagen wir mal, Honig essen? Würdet ihr es machen? Dann schreibt es in die Kommentare. Habe ich noch nie ausgetestet. Ausgetestet? Okay. Okay. Okay, ähm. Wer... Achso, nee. Du bist. Wer würde eher eine Woche... Also... Kein Dreck machen. Also so richtig die ordentliche Wohnung der Welt haben. Das... Das funktioniert bei mir nie. Doch. Nee. Der Dreck ist von mir. Alter, ich lass einfach alles stehen. Ich auch. Und dann geh ich einfach. Deswegen mein Zimmer ist verohlen. Mein Zimmer ist nicht grad das hübscheste. Ich hab zum Beispiel kein Letzen was gegessen. Auch durch die Gegend. Leer. Fünf Meter vor der Küche so. Ach, scheiß drauf. Lass das einfach auf den Boden und geh weiter. Ich lass mein Zeug auch überlegen. Und dann kommt meine Mutter. Ja. Wer hat das Papier auf den Boden geboren? Ja. Genau wie meine. Dann sag ich... Also... Ich war das nicht. Dann sag ich so auch manchmal. Dann sag ich dann... Entweder war das der Meils oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Bestimmt die ganzen. So... Huh, Pick-Up. Okay. Oh, Pick-Up? Wer würde eine Woche lang ohne Pick-Aus? Ohne Pick-Aus? Ohne Pick-Up-Auskommen? Pick-Up-Auskommen. Huh, schau mein Zau. Ja. Du hast vorhin... Du hast vorhin Marmelade gesagt. Scheiße. Alter. Wer würde eher eine Woche ohne elektronische Geräte auskommen? Also ihr dürft ein Bett haben und sowas halt auch so. Kühlschrank, aber kein Handy. Da Brondel. Ah. Nein, warte. Du sei das. Ami. Da stand Ami. Aber... Also Ami, der Name gefällt mir. So könnte er mich ab heute nennen. Ami. Der kleine Elefant. Ne, doch. Der hört sich an wie ein Junge. Der ist scheiße der Name. Okay. Äh. Äh. Ja, das war unser Video. Wer wird er? Er. Äh. Ihr könnt uns ja auch noch in die Kommentare schreiben. Ob... Ja. Ihr könnt uns in die Kommentare schreiben, was wir noch so für Videos machen könnten. Und wir würden uns freuen, wenn ihr liked. Oder eine positive Bewertung da lacht oder kommentiert. Äh. Ja. Abonniert. Nicht kommentiert. Oder kommentieren. Ja. Die müssen eh kommentieren wegen Marmelade. Marmelade. Ja. Wegen Marmelade. Wegen Cornflakes. Marmelade. 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 Marmelade spricht man aus. Okay. Das war's. Bye. Wir sehen uns. Tschüss.